Was geht ab Freunde, Sascha von Skillgamer TV's Video und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 Ultimate Team Serie, die den Namen trägt Mario Balotelli's zweite Chance. Und ja, ich erkläre die Serie natürlich am Anfang einmal kurz. Zweite Chance ist damit gemeint, dass Italien ja schon in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft rausgeflogen ist, deswegen haben wir schon noch ein Starter-Team mit Bronze Italienern und natürlich Mario Balotelli da vorne drin. Und ja, ich finde die Serie eigentlich ganz nice. Die Weltmeisterschaft ist jetzt auch nicht so lange her, deswegen, ja, ich wollte den FIFA 14 nicht noch machen, weil ich wollte schon noch auf FIFA 15 warten. Und ja, wir machen das so. Wir beginnen hier, wie ihr im Hintergrund seht, mit einem Bronze-Italienisches Team, natürlich mit Mario Balotelli da vorne drin, mit dem Babbo da. Ja, und ja, wenn Mario Balotelli ein Tor schießt, dann gibt es ein neues Upgrade, also es geht von selten Bronze, oder halt von Bronze auf Silber und dann auf Gold. Und wenn wir ein komplettes Gold-Italien haben, das natürlich auch richtig stark ist, dann spielen wir den Gold-Pokal. Und wenn wir den Gold-Pokal gewinnen, dann hat Mario Balotelli seine zweite Chance genutzt, also es ist eigentlich ganz leicht, wenn Mario Balotelli knippst, dann gibt es ein neues Upgrade. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare rein, ich beantworte die Kommentare natürlich wieder schnell. Und hier ist auch schon unser erster Gegner, der hat ein komplettes Silber-Team. Wir beginnen mit unserem Bronze-Team, mit dem Bronze-Heinista Italiener. Habe ich keinen von gekannt, außer natürlich Mario Balotelli, aber der ist natürlich Gold. Und ja, ich hoffe, euch gefällt die Serie, die Idee. Und dann wollen wir auch einfach mal in die erste Partie springen, in der siebten Minute. Und da hat hier unser rechter Flügel, rett der Mittelfeldspieler den Ball, spielt einen wunderschönen Pass auf Balotelli, der kommt aber nicht ran. Der Gegner wird klären, fangen den Ball aber wieder ab auf Balotelli, der mit der ersten Möglichkeit, aber eine klasse Parade von dem gegnerischen Torwart. Er hat die deutschen Trikots, die haben die Chelsea-Trikots, ich glaube, ich muss doch die italienischen Trikots holen. Vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge, wenn ich das nicht vergesse. Eckball kommt rein von Coppola in der zehnten Minute, Balotelli ist natürlich da hinten und netzt gleich mal ein in der zehnten Spielminute zum 0 zu 1. Mario Balotelli, sein erstes Tor für uns, ein Kopfballtor nach der Ecke. Und ja, gut für uns hier, dass Mario Balotelli auch gleich von Anfang an knippt. Vierzehnte Spielminute, der Gegner wird die Partie ruhig, auch bei wir fangen den Ball ab. Denn hier wieder Balotelli und was für ein Tor aus dem Stand schießt er einfach mal rauf. Weltklasse-Tor von Mario Balotelli und dann so ein geiler Junge dann auch noch. In der 15. Spielminute, nach einer Viertelstunde, führen wir also schon 2 zu 0 hier aus dem Stand. Einfach mal raufgezimmert und er geht auch noch richtig stark rein. Jetzt springen wir in der 34-Minute-Shop von Balotelli. Hier stark gemacht ist, natürlich schneller als die Bronzi-Spieler. Schussfülle, immer nach Balotelli und war schön gemacht hier mit dem Schuss, aber der war nicht gut genug platziert für den Keeper, den hat er gehalten. Nächstes hin und mal wieder Balotelli, 2 Minuten später Balotelli wieder mit dem Shop. Balotelli probiert es einfach mal und Balotelli knippt in der 730. Spielminute zum 0 zu 3. Hedwig von Mario Balotelli, richtig schön gemacht und dann einfach abgezogen. Und der passt genau, keine Chance für seinen Keeper hier nochmal, wunderschön zu sehen. In der Zeitlupe, der passt haargenau unter die Querlatte. Da passt keine Bild-Zeitung mehr zwischen. Ja, zur Halbzeit führen wir also 0 zu 3. Die Führung geht in Ordnung, meiner Meinung nach. Der Gegner hatte noch keine Chance, aber hier kommt unser Gegner in der 60. Minute. Flankt den Ball nach innen und da steht er noch ganz blank in der 61. Minute und macht das 1 zu 3. Anschlusstreffer, aber Balotelli will natürlich weiterknipsen, holt hier einen Freischuss aus. Ob das wirklich einen Freischuss machen, ja, lässt sich drüber streiten. Und er schießt drauf natürlich, Balotelli aber an die Latte. Diesmal ist die Latte dazwischen, aber wahrscheinlich hätte der Keeper von ihm auch noch, wäre da noch dran gekommen, oder? Ja, ich glaube schon, der wäre ja noch dran gekommen. Ja, 74. Minute sind wir jetzt also schon. Balotelli wieder mit dem Job hier stark gemacht. Geht vorbei, frei vor dem Tor. Mario Balotelli 1 zu 4. Aus unserer Sicht 4 zu 1. In der 75. Spielminute knipst Mario Balotelli schon wieder einfach nur ein überragender Stürmer. Und ich kann euch sagen, vor dem Spiel habe ich noch kein Spiel mit ihm gemacht. Und ich kann euch sagen, nach dem ersten Spiel hat er mir schon richtig gut gefallen. Ja, das Spiel ist danach auch zu Ende gewesen. Es ist nichts mehr passiert. Ich glaube, wir hatten noch eine Chance mit Balotelli, aber nicht rein. Ich glaube, gegen den Fossen, die wollte ich euch jetzt nicht zeigen. War nicht so mega interessant. Ja, hier, Balotelli hat viermal geknipft. Der Gegner hat einmal getroffen. Somit steht es 4 zu 1. Der Entscheid ist 4 zu 1. 1 zu 4. Balotelli natürlich der Man of the Match mit einer 9,5. Aber wie gesagt, wir kriegen ja nur Upgrades, wenn Balotelli trifft. Und auch keine zusätzlichen Upgrades, wenn Balotelli im Headtrick oder im Viererpacken oder so macht. Wir machen die Serie so. Und hier sind auch schon die vier Silberspieler, die wir jetzt neu haben. Ich glaube, die Serie wird nicht allzu lange gehen. Aber das sollte auch nur eine kurze Serie sein, weil die WM ja auch schon vorbei ist. Aber ich denke mal, so 6, 7, 8, 9 Folgen. Da sind es schon drin. Im Tor haben wir jetzt Dorari von Juventus Turin. Gute Werte hat er. Rechtsverteidiger ist Pisano mit 90 Tempo. Richtig schnell unterwegs. Wollte mir nicht Abate kaufen. Der kostet nämlich 50.000 Münzen. Das wollte ich jetzt nicht extra machen. Ich denke mal, Pisano reicht aus mit 90 Tempo. Dennoch Gamberini in der Innenverträglichen. Und neben Gamberini ist ein Bremer, nämlich Caldiro da. Ein Bremer, ja, die im Moment letzter sind. Da muss man nicht so viel sagen. Hamburg ist vorletzter. Naja, aber es sind ja auch erst... Wie viele Spiele vorbei? 6, 7 Spieltage oder so. Aber naja, das gehört hier nicht zur Sache. Wir machen hier weiter. Unser nächster Gegner hat nur 37 Chemie und nur 3 Goldspieler. Goldspieler, da müsste also was gehen. Und in der 22. Minute ist die erste Szene für uns. Bigassi schickt hier Mario Balotelli, der mit den Schuss. Aber der Gegner klärt noch vor der Linie. Also trifft Balotelli nicht. Aber in der nächsten Szene vielleicht noch 2 Minuten später. 24. Minute. Der Gegner spielt hier keine Ahnung was. Und er reicht der Mittelfeldspieler. Schieß einfach mal drauf. Und das war ein Torwartfehler meiner Meinung nach. Hätte man halten können, aber es ist halt ein Bronzy Keeper da hinten drin bei ihm. Und ja, 25. Minute steht also 0 zu 1 für uns. In der 40. Minute nochmal kurz vor der Zeit wird hier Mario Balotelli geschickt. Der zieht hier nach Ende mit einem Schub. Richtig stark gemacht. Ist schnell unterwegs. Und den muss er machen. Und natürlich lässt er sich die Chance hier nicht nehmen zum 2 zu 0. Und netzt in der 41. Spielminute ein. Natürlich ist er auch unser Kapitän. Und wie gesagt, die Trikots werde ich vielleicht noch ändern, wenn ich daran denke. Aber ich werde es wahrscheinlich machen. Natürlich so ähnliche italienische Trikots. Ach ne. Es gibt auch sogar italienische Trikots. Ist mir gerade angefallen. Nationaltrikots. Gibt es da jetzt. Und die werden wir uns wahrscheinlich auch in der nächsten und übernächsten Folge holen. Und nach dem 2 zu 0 ist der Gegner ins Pausenmenü gegangen. Und hat das Spiel abgebrochen. Balotelli ist nicht Spieler des Tages geworden. Sondern unser linker Flügel. Ich weiß es jetzt nicht. Bigassi glaube ich. Dafür gibt es leider nur ein Upgrade. Weil Balotelli nur einmal getroffen hat. Aber nein. Eins ist besser als keins. Manuel Pascal. Unser neuer linker Verteidiger. Richtig stark gewährt. Hat auch 3600 Münzen gekostet. Und ja. Mario Balotelli. Zwei Spiele. Fünf Tore. Richtig kranker Spiele. Den kann ich euch nur empfehlen. Kostet er aber auch 37.000 Münzen auf der PS4. Und ja. Wie gesagt. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch die Serie gefällt. Dann mache ich die Serie weiter. Und ja. Investiere auch mehr Zeit daran. Also lasst bitte ein Like da. Und dann würde ich mich freuen. Wenn ihr auch ein Abo da lassen würdet. Also haut rein. Bis zur nächsten Folge. Wenn euch die Serie gefällt. Dann werde ich sie weiter machen. Und. Ciao.